Das Schöne an der Geriatrie ist, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es wirklich viele Fachdisziplinen vertreten sind. Jeder Patient ist individuell und die Chance, den Patienten wieder auf die Beine zu bringen und das zu sehen, dass ein Patient am Anfang unserer Behandlung bettlägerig ist und zum Schluss wieder alleine zu Hause seinen Alltag meistern kann, das ist das, was uns natürlich sehr viel Spaß macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017